Das Schulterherein ist jetzt nicht eine klassische Lösungslektion, aber für dieses Pferd eignet sich das sehr gut, damit sie schon mal gleich ein bisschen anfängt, ihre Hinterbeine wahrzunehmen. Das Pferd ist gelöst, trabt mehr durch den Körper, fängt an sich richtig an die Hand ran zu dehnen. Wir kommen jetzt also Taktlosgelassenheit und Anlehnung immer näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017